Hallo auf dem YouTube-Kanal der Kochschule BP Cooking in Stuttgart. Es freut mich, dass ihr hier seid. Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten noch ganz, ganz viele Videos uploaden. Das bedeutet, dass jeder auch irgendwas findet, was ihn interessieren kann. Seien es Basics, ganz schnelle Blitzgerichte oder auch ausführlichere Erklärungen. Es geht um Fisch, um Fleisch, Suppen, Soßen, Süßes, Desserts. Also wirklich eine große, breite Auswahl von verschiedenen Gerichten und Zubereitungsmöglichkeiten. Mich würde es sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Dann kriegt ihr auch immer gleich eine Information, wann wir was Neues hochgeladen haben. Wir werden aber auch ausführliche Gerichte kochen. Also Einheiten, die eine halbe Stunde dauern, wo ihr wirklich angeleitet werdet für ein ganzes Gericht und in der Zusammenstellung dann ein tolles Menü. Ob es drei oder fünf Gänge dann werden bei euch zu Hause, ist völlig gleich. Damit könnt ihr dann zum Beispiel die Schwiegereltern, die Freundin, den Freund, die Familie an Weihnachten mal wirklich überraschen und denen werden dann die Geschmacksknospen auf der Zunge durchdrehen. Wenn ihr euch einfach ein bisschen Zeit nehmt und dann auch die längeren Videos mal anschaut. Ich wünsche ganz viel Spaß auf dem Kanal und verbleib bis dahin mit kulinarischen Grüßen. Viel Spaß hier. Ciao.